Hallo und einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Wetter bei Wetter.net. Ja, kaum ist der Winter da, beziehungsweise der massive Wintereinbruch in einigen Teilen Deutschlands. Da fragen die ersten Zuschauerinnen und Zuschauer schon, wann geht denn die Kälte wieder, beziehungsweise wie lange bleibt denn diese Kälte erhalten, diese hochwinterliche Phase. Und deswegen schauen wir uns gleich mal an, wie ist der Trend für die kommenden 7 bis 14 Tage? Bleibt uns diese Kältewelle längere Zeit erhalten oder wird es relativ schnell wieder deutlich wärmer, deutlich milder und setzt schon wieder rasch Tauwetter ein? Wir werfen zunächst mal den Blick auf den aktuellen Strömungsfilm und der zeigt sehr schön, wie die kalten Luftmassen hier aus Nordosteuropa in den nächsten Stunden immer mehr Richtung Nordostdeutschland strömen und sich hier langsam aber sicher über dem Norden und Osten ausbreiten. Und hier im Südwesten, da bleiben aber die milden Luftmassen. Und dieses Tief hier bringt quasi mit seiner Wetterfront die Zweiteilung in den kalten, eisigen Nordosten mit viel Schnee und den relativ milden Südwesten mit Temperaturen von morgen bis zu 15 Grad, am Alpenrand bei Föhn sogar Temperaturen bis zu 18 Grad. Ja, der Blick auf den Luftmassenfilm mit den Luftmassentemperaturen in 1500 Metern Höhe zeigt das nochmal sehr schön, wie sich diese Luftmassengrenze genau hier über Deutschland legt. Hier aus Nordwesten, da kommt in großer Höhe die kalte Luft zu uns geströmt in 1500 Metern Höhe, teilweise Temperaturen unter minus 10 Grad, zugleich aber hier im Süden immer noch die recht warmen Luftmassen in 1500 Metern Höhe im positiven Bereich. Heute gab es bereits wieder jede Menge Regen, vor allen Dingen hier im Südwesten. Die Hochwassergefahr bleibt deswegen bestehen, unbedingt an Rhein-Mosel und den Nebenflüssen aufpassen. Und auch morgen am Samstag gibt es weiterhin hier im Westen und Südwesten teilweise Dauerregen, aber dann breiten sich die Niederschläge weiter aus Richtung Norden, kommen in die kalte Luft. Und in diesem Sektor wird es zum Teil dann sehr kräftigen Schneefall geben, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Und dieser Schneefall kann eben über Stunden andauern. Im Übergangsbereich gibt es teilweise gefährlichen Eisregen, gefrierenden Regen und dort drohen Unwetter eben durch Glatteis. Im Rest des Landes in dieser Region dann eben Unwetter durch starken Schneefall und durch heftige Schneeverwehungen. Doch wie lange bleibt nun die große Kälte? Schauen wir uns mal die Ensemble-Vorhersagen an für die vier verschiedenen Himmelsrichtungen. Zunächst mal für den Norden Deutschlands bis zum 21. Februar. Und da ist ganz klar Dauerfrost mindestens mal so bis zum 11. oder 12. Februar. Danach beginnt das große Rauschen. Einige Berechnungen gehen in den positiven Bereich, andere bleiben auch im Frostbereich. Der Mittelweg geht irgendwann auch so ein klein wenig aus dem Frostbereich raus. Also da wird es wahrscheinlich irgendwann wieder milder werden. So um den 14. oder 15. Februar, da ist wohl der Wendepunkt angesagt. Und immer wieder kommt es auch hier teilweise zu Niederschlägen und die fallen anfangs als Schnee. Ja, weiter geht es, der Blick auf den Osten Deutschlands. Auch da gibt es jetzt erstmal Dauerfrost. Die Temperaturen rutschen in den Keller am Tag teilweise um die minus 5 Grad, nachts bis minus 10 Grad. Und auch hier geht es dann langsam wieder bergauf. Aber aus dem Frostbereich kommen wir wahrscheinlich im Mittel erst um den 15. Februar raus. Also auch hier mehrere Tage am Stück mit Dauerfrost. Die Kälte kann sich also längere Zeit halten. Es ist keine Eintagsfliege. Und noch der Blick in den Westen Deutschlands. Ja, da sieht es nicht ganz so nach dauerhaftem Frost aus. Zunächst Temperaturen relativ mild. Dann wird es hier auch mal kurzzeitig etwas kühler. Dann Temperaturen mal ein, zwei Tage im leicht dauerfrostigen Bereich. Doch so um den 11. oder 12. steigen die Temperaturen dort schon wieder merklich an. Und zum 21. Februar hin liegen sie dann teilweise so um die 10 Grad. Also die milden Luftmassen, die halten im Westen dagegen. Und der Blick noch auf Süddeutschland. Da wird man sich fragen, was reden die in dem Norden über Winterwetter. Denn im Süden Deutschlands gibt es im Grunde überhaupt kein Winterwetter. Da liegen wir teilweise bei Temperaturen um 10 Grad. Es wird mal ein bisschen kühler. Aber im Mittel bleiben die Temperaturen hier meist um die 5 bis 10 Grad. Also diesmal verkehrte Welt. Der Süden überhaupt kein Dauerfrost. Keine großen Optionen auf Schneefall. Der Norden dagegen sehr kalt. Dauerfrost und zum Teil kräftiger Schneefall. Das ist man meist ja andersrum gewohnt. Also wir halten mal fest, das gibt besonders im Norden und im Osten einige Tage. 7 bis 8, 9 Tage lang Dauerfrost. Im Rest des Landes wird es nur kurzzeitig mal ein bisschen kühler. Zum Teil auch für Dauerfrost reichen. Aber die ganz große Kälte, die bleibt überwiegend dem Norden und dem Osten vorbehalten. Das war's vom Wetter hier bei wetter.net. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns auch über ein Abo auf unserem Wetterkanal wetter.net. Tschüss und bis bald.